Ich könnte wirklich deine Hilfe brauchen. Die Radarstation zu übernehmen war eine reife Leistung, aber es ist noch nicht vorbei. Es sieht aus, als würden sie immer noch Daten von hier senden. Der schnellste Weg, das abzustellen, ist, ihre Satellitenschüsseln zu zerstören. Ich bin ziemlich sicher, dass ich drei davon auf den Dächern in der Gegend gesehen habe. Nimm dir ein bisschen Sprengstoff und jag sie hoch. Und beeil dich. Die wissen bestimmt schon, dass wir hier sind. Die Milit kann das gut gebrauchen. Hey, da unten! Hey, da unten! Okay! Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jetzt klar! Ja, die sind dann weg! Ja, die sind dann weg. Presse das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017